So, jetzt haben wir es schon wieder. Oh Mann, oh liebe Freunde und Freundeline, da hat sie das Kinderding, wo sie die Treppe abgesperrt hat. Jetzt stehe ich schon seit Stunden, seit Stunden stehe ich hier unten und warte auf mein Fräulienchen. Ja, die ist vor Stunden mit mir in Ausgang, damit ich bei den Schäfer kann. Verstehe ich, hat sie mich aus dem warme Bett, hat sie mich rausgezettet, ja? Und dann kann ich mich rausgehen und dann ist sie rauf und schwuppdiwupp war dieses komische Gitter wieder so. Ja, oh Mann, oh, jetzt hatte ich ganz friedlich hier unten gesitzt und gewartet. Ja, mein Freund hat zu mir gesagt, ich muss ganz friedlich sein, das wäre nur zu meinem Allerbeste, muss ich bitte Geduld haben. Ja, ich war geduldig, stundenlang war ich geduldig. Oh, jetzt höre ich meine Fräulienchen, die sagt, oh, ich soll nicht so rumschwäzen machen, das wäre nämlich nicht richtig, ich werde erst seit fünf Minuten da unten stehen. Nein, das ist nicht wahr, das ist viel länger, viel länger ist das, ja. Mann, wo ich so geduldig bin. Ja, mein Herrscher hat auch schon gesagt, das Wort geduldig gäbe es erst, seitdem ich auf die Welt gekommen bin. Ja, mein zweiter Vorname ist nämlich Geduld. Aha. Jawohl, ja. So, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, ja. Ja, 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 ja. Okay, Freunde, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Meine Freundin, sie kommt runter. Bis dann, tschüss. Euer geduldiger Merlin. Bis dann, tschüss.